Liebe Studierende und liebe Beschäftigte, ich habe super Neuigkeiten für Sie. Moodle läuft wieder. Sie können sich ab jetzt wieder in Moodle einloggen. Denken Sie daran, Sie brauchen Ihre neuen Zugangsdaten dafür. Und erschrecken Sie nicht, Moodle wird anders aussehen als das, was Sie bisher kennen. Wir haben nämlich in der Zwischenzeit ein Update gefahren, eine neue Version von Moodle aufgespielt. Dadurch sieht alles ein bisschen anders aus. Sie werden sich ein bisschen neu zurechtfinden müssen, aber Sie haben jetzt Zugriff auf Ihre Unterlagen und können sich auf Ihre Prüfung hervorragend vorbereiten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.